Die Top 10 der Lebensmittel für den maximalen Muskelaufbau Nummer 1 Sojabohnen 100 Gramm enthalten gigantische 37,6 Gramm pflanzliches Eiweiß. Dieses setzt sich zusammen aus sämtlichen essentiellen Aminosäuren, also jenen, die der Körper nicht selber herstellen kann. Die biologische Wertigkeit ist mit 84 exzellent, erreicht in etwa Fleischniveau. Als muskelaufbauende Beilage, Salat oder Hauptspeise für muskelbewusste Vegetarier sind Sojabohnen allererste Wahl. Auch spitze der Kaliumgehalt. 1800 Milligramm pro 100 Gramm. Nummer 2 Kidneybohnen Ihre biologische Wertigkeit liegt bei 72. Nicht ganz so hoch wie die von Sojabohnen, für Gemüse aber sehr ordentlich. Und wenn du Kidneybohnen mit Mais kombinierst, steigt die Proteinwertigkeit auf extrem hohe 122. Nummer 3 Brokkoli Spendet mit 350 Milligramm pro 100 Gramm viel Kalium. Der Mineralstoff sorgt dafür, dass stark beanspruchte Muskeln in der Lage sind, weiter mit voller Kraft zu kontrahieren. Und in puncto Vitamin C-Gehalt 115 Milligramm in 100 Gramm übertrifft Brokkoli die Apfelsine um mehr als das Doppelte. Brokkoli beugt Infektionen vor und lässt dich kerngesund ins Training gehen. Nummer 4 Kaffee Sein Wirkstoff Koffein stand bis 2004 auf der Dopingliste. Nicht ohne Grund, denn er steigert Blutdruck und Pulsfrequenz und sorgt dafür, dass Kraftsportler mehr Wiederholungen schaffen und Radler schneller den Berg hochfahren. Darüber hinaus beschleunigt Koffein auch die Fettverbrennung. Ideale Dosis, ein bis zwei doppelte Espressi vor dem Sport. Nummer 5 Pistazien Diese Nüsse sind relativ fett- und kalorienarm. Ihr Kaliumgehalt ist mit 1020 Milligramm pro 100 Gramm höher als bei sämtlichen Konkurrenznüssen. Damit arbeiten deine Muskeln besonders lange unter Volldampf. Was liefern die kleinen Grüne sonst noch? Na klar, Eiweiß. 20,8 Gramm pro 100 Gramm. Nummer 6 Brunenkresse Das vermeintlich unwichtige Grünzeug ist vollgepackt mit Vitamin C und Eisen. Es schützt vor oxidativen Zellschädigungen. Eisen reduziert die Muskelermüdung bei harten Trainingseinheiten. Brunenkresse schmeckt super in Kombination mit Quark. Und der wiederum enthält viel Eiweiß. Nummer 7 Naturjoghurt Topfutter für Darmbewohner Enthaltene Milchsäurebakterien fördern die Verdauung. Wichtige Muskelnährstoffe nimmt der Darm dadurch besser auf. Und deine sportliche Leistungsfähigkeit wird nicht von Verdauungsproblemen ausgebremst. Nummer 8 Grüner Tee Die hohe Konzentration an Katechinen regt den Stoffwechsel an und fördert somit die Fettverbrennung. Katechine sind antioxidative Pflanzeninhaltsstoffe, die zu den Flavanolen gehören. Eine Tasse täglich senkt laut einer japanischen Studie den Body Mass Index und unterstützt so die Freilegung des Six Packs. Klingt gut, oder? Nummer 9 Harzer Käse Normaler Käse ist praktisch pures Fett mit Tonnen von Kalorien. Dieser aber ist anders.